Rauchige Barbecue-Saußen Hallo zusammen, ich wurde vor längerem gefragt, ob ich mal ein rauchiges Barbecue-Saußen machen könnte. Jetzt passt der Zeitpunkt gerade. Wir nehmen ca. 125g Zippel und hacken sie. Dann 4 Knoblauchzechen, auch grob gehackt. 1-2 Chilischoten in Ring geschnitten. Je nachdem wie scharf man es gerne hat. Dann 5g Chili-Pover. 3 Viertel Teelöffel Kreuzkümmel. Und ca. 1,5 Teelöffel Rauchsalz. Beim Rauchsalz gibt es zu zu sagen, so bringt den Rauch rein. Wer einen Smoker hat, kann natürlich auch die Sebeln zuerst auf dem Smoker haben. Dass das Saussraumaroma rein kommt. Man kann es mit Liquidsmog machen. Ich nehme da das Knobli Chili-Rauchsalz vom Bünzli. Das gefühlt sich für das hervorragend. Dann unsere Flüssigkeiten. Das habe ich jetzt schon alles zusammengemischt. Das geht am Ringsten der Weg. Da ist 30ml Apfel-Essig. 30ml Melasse. Einen Esslöffel Senf. Dann eine 90ml, ich weiss, dass ich es falsch sage, Worcestersauce. 90ml schwarzer Kaffee. Dann 125ml Ketchup ist hier drin. Plus 30ml Zitronensaft. Das Ganze schnell ein wenig durcheinander rühren. Dann erhitzen wir in einer Pfanne ca. 1 Esslöffel Öl. Und dünchten unsere Sibale, den Knoblauch und Chili, an. Bis die Sibale schön glänzig sind. Wenn die Sibale schön glänzig, sprich glasig sind, geben wir auch ein anderes dazu. Und kochen es kurz auf. Wenn es aufkocht, reduzieren wir die Hitze auf mittlere Stufe. Decken drauf. Und kochen das Licht unter gelegentlichem Umrühren für ca. 30 Minuten. Wer es nicht gerne so scharf hat, muss auch beim Chili-Bouven aufpassen. Vielleicht weniger nehmen. Und wer es gerne noch rauchiger hat, kann natürlich mehr Rauchsalz oder Liquid Smoke nehmen. Das ist ein kleines Ausprobieren, wie es einem selber passt. Dann geben wir es in einen hohen Behälter, z.B. den Massbecher. Und pürieren es mit dem Stabmixer. Übrigens, das habe ich vergessen zu sagen, man kann natürlich das Raucharoma auch ein bisschen mit rauchigem Whisky, rauchigdorfigen Whisky erzielen, für die, die wollen. Dann füllen wir es ab. Am Gehitschnein ein steriles Glas. Und lassen es auskühlen. Und dann für mindestens 2 Stunden im Kühlschrank noch durchziehen, damit sich die Geschmacksmospen richtig entwickeln können. So könnt ihr es nachher gut 2 Wochen im Kühlschrank halten. Wir können es aber natürlich vor dem Brauchen auch noch mal erwärmen. Ich wünsche einen guten Zusammenhang.